Programmierst du in Scratch, so möchtest du Objekte, zum Beispiel eine Figur auf der Bühne, steuern. Rechts im Bühnenbereich ist die Figur Katze zu sehen. Sie hat wie jede andere Figur auch bestimmte Eigenschaften. Diese Eigenschaften werden mit ihren Werten unterhalb des Bühnenbereichs angezeigt. Setzt du die Katze mit der Maus oder dem Finger auf eine andere Position, so verändert sich der Wert für X und Y unterhalb der Bühnenansicht. Auf der linken Seite siehst du in verschiedenen Kategorien einsortiert alle Blöcke, die Scratch kennt, zum Beispiel für Anweisungen. Neu ist seit der Scratch Version 3, dass man durch die komplette Blöcken scrollen kann. Das ist besonders praktisch auf Tablets, da du mit einem Finger bis schnell zum richtigen Block findest. Du kannst natürlich auch erst auf eine Kategorie ganz links tippen und dann die dazugehörigen gleichfarbigen Blöcke durchsuchen. Wenn du in der Kategorie Bewegung auf einen der hellblauen Anweisungsblöcke klickst, kannst du unterhalb der Bühnenansicht mitverfolgen, wie sich die Werte der Eigenschaften X und Y durch die Anweisung entsprechend verändern. Wenn sich die Katze automatisch um 10 Schritte bewegen soll, wenn man sie antippt, verwendest du aus der gelben Kategorie Ereignisse den Block, wenn diese Figur angeklickt. Du ziehst diesen Ereignisblock in den mittleren Bereich von Scratch und hängst anschließend den Anweisungsblock gehe 10er Schritt aus der blauen Kategorie Bewegung daran. Ziehe ihn einfach mit der Maus oder dem Finger unterhalb des Ereignisblocks und lasse den Block los, wenn ein grauer Schatten erscheint. Er rastet automatisch einen Ereignisblock ein. Tippe die Katze anschließend an, um zu testen, ob alles wie gewünscht funktioniert. Wir halten fest, in Scratch haben Objekte wie Figuren verschiedene Eigenschaften, zum Beispiel die X- und Y-Position. Die Werte dieser Eigenschaften können durch Anweisungen verändert werden, zum Beispiel mit Gehe 10er Schritt. Man verwendet in Scratch am Anfang eines Skripts einen Ereignisblock, um den Algorithmus ausführen zu lassen. Danach hängst die Kurabschicht mit Dating und Erregionierung an, um das Gratul um den Fokus zu sehen. Dr. Konec hat eine Beweisterung an, um die Konecrodur. Dr. Konecrodur. Dr. Konec. Gertfunk. Dr. Konecrodur. Vielen Dank.